Hihihi. Schönes Haar braucht mehr als eine gute Pflege. Schönes Haar braucht die neue Polykur Repair Pflege. Das neue Polykur pflegt nicht nur, es repariert sogar. Von innen. Sogar strapaziertes Haar wird wieder gesund, glänzend und schön. Jeden Tag. Polykur. Repair Pflege mit System. Aus dem traditionsreichen Hause Dallmeier in München kommt ein aromareicher, spezial veredelter Kaffee, den man schon am Duft erkennt. Dallmeier Prodomo. Eine Spitzenmischung aus feinsten Hochlandgewächsen, weitgehend von Reizstoffen befreit. Dallmeier Prodomo. Vollendet veredelter Spitzenkaffee. Hallo, hallo, hallo. Es ist wieder Zeit für Nüsse. Polypornias, Polypornias. Dicke Nüsse. Hey, lass knacken, Baby. Walnuss, Walnuss. Frische. Ja, Brotmer. Walnuss, Walnuss. Ja, Walnuss, knack dir den Geschmack. Kalifornische Walnüsse. Oh, sind die dick. Das war die schönste Rede, die du je gehalten hast, Papa. Na, wenn meine Lieblingsdochter heiratet, muss ich mich ja auch ein bisschen ins Zeug legen. Es war ein wunderbares Fest. Ihr seid ja auch ein wunderbares Paar. Darauf einen Bücher da. Bei FEDES ist was los. Bei FEDES ist was los. Petra, guten Morgen. Willst du die Babys wickeln? Ich gehe nur schnell ins Bad. Ein wunderschöner Tag. Wie schön die Kinder spielen. Schmeckt's, Baby? Petra, du hast die schönsten Ideen. Das Petra-Spielhaus steckt voller Ideen. Jetzt bei FEDES. Spielen, lachen, denken. Ausprobieren, schenken. Bei FEDES ist was los. Bei FEDES ist was los. FEDES, wir lassen mit uns spielen. Modernste Motorenöle von BP sorgen weltweit für Bewegung. Bei den ganz eilen. Den ganz wirtschaftlichen. Und den ganz großen. Dieses Wissen steckt im synthetischen Hochleistungsöl BP Strato. Für unsere wichtigsten Kunden. 300 Millionen Autofahrer. BP Strato. Das Sicherheitstriebwerk. Mit Garantie. BP. Wir sorgen für Bewegung. Alles, was ein Bier braucht. Alles, was ein Bier braucht. Klausthaler. Alles, was ein Bier braucht. Rondo Veneziano präsentiert Poesia di Venezia. Ein neues, fantastisches Musikerlebnis. Rondo Veneziano. Das Original. Poesia di Venezia. Ihr neues Meisterwerk. Permanente Stress und Hektik bestimmen unseren Lebensrhythmus. Das bekommt auch der Magen zu spüren. Die Folge Sodbrennen, Magendruck, Völlegefühl. Helfen Sie Ihrem Magen. Zwei Reni genügen. Reni räumt den Magen auf. Schnell und zuverlässig. Seit ich die Fritteuse von Moulinex mit dem Mikrofiltersystem habe und alles so einfach und geruchsfrei frittieren kann, würde mein Mann mich glatt nochmal heiraten. Die Fritteuse von Moulinex. Moulinex empfiehlt Biskunen. Moulinex empfiehlt Biskunen. Mit Bacardi rum geht alles. Klar und rein. Kaufrisch ist das neue Timothée. Mit seinen Extrakten frischer Wiesenkräuter ist es ideal für tägliches Haarewaschen. Timothée schenkt ihrem Haar natürliche Schönheit und Reinheit. Das neue, taufrische Timothée. Und schönes Haar ist ganz natürlich. Das neue, taufrische Timothée. I see the crystal raindrops fall And the beauty of it all Has been the sun come shining through Just the two of us We can make it if we try Just the two of us Just the two of us Just the two of us You and I Unter uns Café Onko Sagen Sie, wie schützen Sie eigentlich Ihre Haut? Vor Umweltbelastungen, Luftverschmutzung, Witterungseinflüssen? Ich nehme Kamelgesichtscreme mit natürlichem Kamelenblütenöl. Schon jahrelang. Wie wirksam Kamelgesichtscreme schützt, kann ich sogar beweisen. In einem ganz ungewöhnlichen Test. Mit Brennnesseln. Hier, nichts passiert. Toll, nicht? Wenn Kamelgesichtscreme hier vorschützt, dann vor Umweltbelastungen erst recht. Und nur geschützte Haut bleibt glatte Haut. Der Schutz von Kamel zum Wohl ihrer Haut. Mumm. Mit dem trockenen Akzent. Manchmal muss es eben Mumm sein. Meine Damen und Herren, das ist die Sensation von der Börse. Die Telefone laufen heiß. Verblüffung in Fernost. Der neue Ford Sierra LX ist da. In einer Ausstattung, die nicht nur hier für Aufregung sorgt. Höhenverstellbarer Fahrersitz. Drehzahlmesser. Fünfganggetriebe. Höhenverstellbare Gurteform. Zweiter Außenspiegel. Der neue Sierra LX. Mit Katalysator. 185er Breitreifen. Und getönten Scheiben. Alles serienmäßig. Gerade erfahre ich, in Deutschland steht der Sierra LX schon bei ihrem Ford-Händler. Als Fließheck, Stufenheck und Turnier. Gerhltier. Tschüss! Hartrecht! Tschüss! Fünfganggetriebe.